Keiner! M-m-m-m-m-m-m! Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video und heute machen wir was ganz lustiges! Genau, wir machen nämlich die Whisper Challenge. Die gibt es jetzt schon ein bisschen länger auf Youtube, aber wir haben sie bislang noch nicht gemacht. Genau! Deswegen dachten wir, dass wir heute mal Zeit dafür wäre. Und deswegen haben wir uns jetzt, äh, ein paar Sätze auf unsere Blätter geschrieben. Darf ich dir einfach Musik anmachen, was ich will? Genau. Ja! Hörst du mich? Wenn du so laut redest, ja! Das ist ja blöd. Hörst du mich jetzt? Jetzt höre ich dich nicht. Du kannst doch meine Frage antworten, wenn du mich nicht hörst. Die spinnt ja. So, dann fange ich mal mit etwas Einfachem an. Gönn dir. Wo? Was? Gönn dir. Gönn... Gönn... Dir... Gloria! Nein! Gönn... Könnt... Gönn... Gönn... Ja! Gönn dir was! Ja! Nein! Gönn dir nur! Gönn dir nur! Gönn dir! Ja! Ich habe Stinkefüße. Was? Nochmal. Ich habe Stinkefüße. Ich habe geblutet. Nein! Mama das erste Wort. Ich habe... Ich habe... Stinkefüße. Gestiefelt. Stinkefüße. Stielfrucht. Stinke... Füße... Fluten. Ich kann es nicht erkennen. Das klingt wie Stielfluten. Stinke... Stricher. Stinke... Stinkefüße. Ja! Nein! Ich habe gerade Cheatwoche. Ich habe... Gerade... Gerade... Ja! Cheatwoche. Stief... Flux... Cheat... Woche. Cheatwoche! Ja! Ich habe eine Cheatwoche! Ich mache mir das an. Ich mache mir das an. Toll! Das ist ja furchtbar! Nee, das kann ich nicht ertragen. Oh nee! Also bitte kein Scooter. Da vorne steht ein gelbes Auto. Ich glaube überhaupt nicht. Das ist ganz schwer. Nochmal. Da vorne... Steht... Vorgestern? Nee. Da vorne... Du musst es langsamer machen. Weil du machst so... Da vorne... Ja, ich habe vorhin. Nee. Da... Ja. Da... 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 Da vorne... Da vorne... Steht... Steht... Ein gelbes Auto. Eine dumme Sau. Ein gelbes Auto. Irgendwas mit Hausschuhen. Nee. Da vorne... Steht... Eine... Ein... Ein... Gelbes... 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 Auto. Haus! Auto! Ja! Exquisa... Keiner schmeckt mir... So wie dieser... Was? Exquisa... Keiner schmeckt mir... So wie dieser... Nochmal. Anfang. M... 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 Ich mache mal den zweiten Satz. Zweiten Satz. Keiner... Deine... Keiner... 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 Hei? M-m... Mit K... 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 Kein... Keiner... Ja! Meckt... Keiner schmeckt... Mir... Mir... So... So wie du... Wie dieser... Wie dieser... Wie was? Dieser... 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 Wie kommt's auf sowas? Letzter Satz? Was? Lass uns endlich wieder shoppen gehen. Kannst du... Lass uns endlich wieder shoppen gehen. Hast du eine Flasch shop... Lass uns... Kannst du... Darfst du... Lass uns... Lass... Lass uns... Lass uns... Lass uns... Lass uns... Schocken... Vor allem habe ich shoppen ganz am Anfang schon verstanden. Aber da war ich aber nicht sicher. Krass! Lass uns endlich wieder shoppen gehen. Ich hoffe euch machen auch diese lustigen Videos mal wieder mehr Spaß. Also uns macht's auf jeden Fall wieder mehr Spaß, jetzt auch wieder zusammen zu drehen. Trotzdem müssen wir mal wieder ein PLL-Video machen. Ja, auf jeden Fall! Und schreibt doch mal hier drunter, was wir noch für witzige Videos machen könnten. Wir haben ja schon einige gemacht und wir würden uns total über einen Daumen hoch freuen. Genau! Bis dann! Ciao!